Guten Morgen zusammen. Wie versprochen der Sendeplan für diese Woche. Heute Abend um 22 Uhr, wir reden Klartext mit Beatrice, Odo und mir. Am Donnerstag von 10 bis 11 Uhr, Mitgliedertalk. Am Donnerstag 21.30 Uhr, wie gewohnt, Bernis Nachtcafé. Freitag 22 Uhr, wir reden Klartext, wieder mit Beatrice, Odo und mir. Sonntag 11 bis 12 Uhr, der Mitgliedertalk. Und ebenfalls am Sonntag um 21.30 Uhr, wie gewohnt, Bernis Nachtcafé. Mit dem festen Thema, immer wieder sonntags, Rebecca Reusch. Das Love Café findet je nach Zeit und dann spontan statt. Noch ein kleiner Hinweis. Oben unter dem Schriftzug Bernis Nachtcafé. Da seht ihr den Schriftzug, die Community hat ein Guthaben in Höhe von 333 Euro. Das ist im Moment im Spendentopf drin. Wer was spenden möchte, wer ein paar Euro übrig hat, bitte, bitte spenden, sodass wir in der Community auch kurzfristig irgendwie was bewirken können, jemandem helfen können. Und deswegen, je mehr wir Geld da in dem Spendentopf haben, umso besser ist es. Und deswegen, wer etwas übrig hat, gerne spenden. Unten seht ihr die E-Mail-Adresse, bernisnachtcafé.gmail.com. Das ist auch die Paypal-Adresse. Vielen Dank hierfür schon mal. Habt eine angenehme Woche und wir hören und sehen uns.